... Das war's für heute. Hör mal auf! Ja, ihr wollt nur sichern! Mach mal locker! So geht's! Zieh mal ein bisschen an! Zieh mal ein bisschen an! Der muss nicht ziehen, damit der da rüber kommt! Ja, das ist schon klar! Nur, dass er gleich runter nicht reicht! Weiter! Weiter! Jetzt! Geh mal weg von dem Seil! Geh mal von dem Seil weg! Wenn das reißt, dann haust er die Füße weg! Ja, ja! Dann ziehen wir! Stopp! Stopp! Jetzt müsste eigentlich einer rar hin und dann müssen wir nicht! Ja, komm her! Ja, komm her! Ja, komm her! Geh mal eben! Und ganz raus! Ist nach rechts! Einschlagen langsam! Und dann gehen wir langsam! Geh da unten weg! Oder hinten mal nachlassen! Ich komm auch hinterher! Mach mal ein bisschen nach! Ich stehe hier unten mal ruhig bei! Ich lass mich mitziehen! Weiter! Weiter! Ist schon fast! Ich bock nicht noch! Ja! Das passiert nichts mehr! Das steht jetzt! Du bist jetzt schon mal aufgebremd! Du bist jetzt schon mal aufgebremd! Ja, 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 ja! Okay! Bis Gott! Ja! Ja! Das geht wieder! Das war's! Hast du die Bremse, Christian? Ja! Können wir hier nicht aufstehen! Dann sollen wir noch dran passen! Ja, mach mal! Ey! Ja, ich weiß mehr, du kriegst ja eine Bremse! Einschlagen langsam! Ja! 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 Wie seid ihr denn da hingekommen? Ja! Ja! Jetzt geht das los mit den Vorgängen! Nein! Ja! 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 Vielen Dank.